Hallo zusammen zu einer weiteren Runde Artwork von Game & Wario. Wieder mit dem Sips-Apple, Remi und dem Rotpilz. Alles weitere in der Videobeschreibung. Ich hoffe, die Kamera bleibt diesmal an. Wir winken jetzt ein bisschen an der Runde. Wir winken natürlich auch gerade der NSA zu. Zeit für Tabbywink. Zeit für Tabbywinky-Wank. In dem anderen Spiel habt ihr beide gewonnen, ne? Ja. Wir haben beide 8 Punkte gehabt. Was macht das zusammen? Oh, warte, ich muss malen. Warte. Okay, Peter malt. Boden. Granate. Boden sagt, ne Granate, ne Penis. Heilige Granate. Handgranate. Ein Handy. Bowlingkugel. Telefon. Ein altes Telefon. Ein Marienkäfer. Jawoll. Guck mal, da kam mit ihm plötzlich. Ja, das war... Ist mir rausgeschossen. Ich erkenne es dir gar nicht. Oh. Penis. Eine Bratpfanne. Kochlöffel. Streichholz. Boden sagt aufeinander. Eine Dusche. Laterne. Nein. Warte. Straßenlaterne. Weihrauch, Kescher, Penis. Schmetterlingsköcher. Köcher. Ja, so ähnlich. Schmetterlingsfänger. Schmetterlingsnetz. Jawoll. Ja, kann man durchgehen lassen. Ja. Ist... Ich würde jetzt gerne für jeden einen Punkt geben, aber... So, weiter. Oh, geil. Straße. Strich. Strich. Zebrastreifen. Bürgersteig. Schwimmbecken. Strich mit Strichen. Schwimmbad? Ne. Straßenstrich. Strand. Strand mit Liegen. Aids. Ein Feld. Ein Buch. Ein Feld. Ein Feld ist schon mal gut. Apfelfeld. Getreidefeld. Erntefeld. Wie nennt man das anders so? Acker. Jawoll. Was? Der Junge haut es heute wieder raus. Was geht? Der mit seinem Swagger. Was ist mit dem Swagger ausrastet? Warte. Ich habe heute... Ein Schuh. Eine Gurke. Eine Kartoffel. Eine Kartoffel mit Beinen. Das sind Beine. Beinkartoffel. Eine Kussekuh. Eine Kussekuh. Misskäfer. Ein Schwanztier. Ein Affe. Skorpion. Skorpion. Ja, das war fast richtig. Komm mit ey. Punkt Schirr. Jawoll. Penis. Hitler. Ne. Mensch. Ähm. Mensch. Mensch in der Box. Minecraft Figur. Fette Person. Warte. Jetzt kommt das Entscheidende. Mensch mit Schwert. Hitter. Hier Wolverine. Hitter. Der früherer. Warte. Hier unten. Orsumo. Lehrer. Ne. Warte. Ich muss irgendwie... Ah fuck. Dirigent? Ja Dirigent. Ja. Alter. Was ist mit dir los? Da haut der hier einen rein. Oh 15 Sekunden noch. Huh. What? Okay. Das verstehe ich nicht. Tetris. L. Dreidimensionales L. Ein Schuh. Ein Schuh. Stiefel. Ne, ne. Was Handwerkliches. Oh mein Gott. Diagramm. Äh. Rechter Winkel. Ja Winkel. Messer wärs. Ich bin dran. Okay. Mein. Okay. Los geht's. Start. Start. Das ist alles auf Kamera. Wüsste ich grad nicht, wie ich das malen soll. Himbeere hätte alles sein können. Wiss ich. Was das denn? Kochtopf. Hexenkessel. Nein. Da steht zwar einer, aber der hat so Sticks. Trommler. Trommler. Trommel. Trommel. Trommel war richtig. Trommel. Wer hatte das? Du was? Heber du hättest ihn einfach nur dick malen müssen. Der Trommler. Oh das ist schön für die Frauen. Titten. Silikon. Haare. Schambehafen. Muschi. Fette. Makeup. Table Dance. Essen kochen. Maniküren. Bügelbrett. Bügeln. Bügelbrett. Bügeleisen. Bügeleisen. Da fängt er hinten an zu meinem. Like a boss. Ja das hat du gehalten. Ja ja. Ja ich mein es die Frau oder das Brett. Ganz lock ey. Wort. Ah das könnte man auch wieder falsch schreiben. Ich weiß eigentlich welches Wort schreibe. Also dann Strauß schreibe. Oh yeah. Ja ja. Also hier hast du. Okay. Ich wollte doch nochmal gucken. Oh meinst du wieder weiter? Da hat man dann. Tal. Brücke. 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 WTF. Ich bin der Boss. Da war doch keine Brücke. WTF. WTF. Krass. Krass. Also man hat einmal hier so ein Ding. Ah ok. Legazaun. Dildo. Kamm. Zahnbürste. Na nein. Na nein. Das ist ein Teil davon und das andere Teil ist. Butterfly Kamm. Das ist das hier. Das hier ist das Griechen. Schweizer Taschenmester. Endoplasmatisches Ritik. Spiegel. Das ist das was besucht ist. Desoxyribonukleinsäure. Also das ist beides immer zusammen. Schminkspiegel. Aber nur gemeint ist das. Ehhh. Ein Helm. Viereggenthalter. Nein. Kollegas neues Album. Zwei. Eins. Oh lol. Kerblich. Das ist doch kein Besen. Achso. Now I get it. What's going? Ok. Ich muss mal die Trennwand hier. Will ihn nicht sehen. Den Wump. Oh Gott. Das ist ein geiles Wort. Gallenblase. Penis. Hm. Delfin. Hamster mit Penis. Was macht die denn? Blasen. Ja. Blasen. Ok. Der war gut. Ähm. Äh. Fernseher. Buch. Splitscreen. Tennisfeld. Äh. Viergewind. Fenster. Ein Gesicht. Der weint. Ein Haus. Ein Männchen. Nein. Da liegen doch. Achso. Ja. Achso. Ein Bett von oben. Jaja. Ah ok. Okay. Äh. Was ist das? Bückend. Kotzen. Blasen. Brücken. Ja. Echt? Ah cool. Ich hab Rücken. Das können wir jetzt. Die Nase weiß alles. Ball. 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 Ballonkopf. Ja. Heißluftballon. Ja. Boah. Ohohohoho. Boah. Ich raste gerade richtig aus. Der hat noch immer eine Minute Zeit. WTF? Reis. Fleisch. Steak. Biene. Ja man. Alter. Was ist los? Eine Biene. Wie geil. Wie war Wumsebiene. Controller. Schmetterling. Engel. Batman. Ja man. Jawoll. Geiler Engel. Aids. Was ist das? So eine Schildkröte. Igel. Ja. Wer war zuerst? Ich glaube der Sepp. Felix du kackst gerade ein bisschen ab. Ja gerade eben bin ich voll abgegangen. Ja warte. Das kann ich nicht malen. Deshalb male ich einen Penis. Und lass das aus. Das kann man auch sehr gut malen. Äh. Da ich jetzt. Ich habe einfach Lust das jetzt zu malen. Shishabong. Staubsauger. Hitler. Ach mo. Poledancing. Ne. Es hat was mit Frauen zu tun. Schickclub. Nutte. Prostituierte. Oh die hat aber einen Boucher. Okay. Da kommt gleich mal ein Rasierer. Ist los. Super denn. Tanzen. Geile Olle? Keine Ahnung. Da passt gar nicht. Das kann man dir machen. Was auch. Dienstmädchen. Okay. Scheiße. Ich wusste nicht wie ich das machen soll. Deshalb hatte ich einfach Bock darauf zu tun. Bock darauf zu reakulieren. Treppe. Syramide. Treppe war richtig. Hä? Voll das krasse Wort. War echt schwer. Wobei ich hatte auch Glück mit den Wörtern. Stern. Stern. Sternschnuppe. Ja. Sternschnuppe. Gross. Was? Zu viel Hero. Was? Sternschnuppe. Äh. Wort Nummer 3. Äh. Atombomben. Hähnchen. Braten. Hähnchenbraten. Trotan. Gänsebraten. Gänsebraten. Halbes Hähnchen. Heißes Hähnchen. Du hast die Wörter schon. Echt? Brathähnchen. Ja Brathähnchen. Ja Brathähnchen war es. Achso. Ich hätte das die Hähnchenente genommen. Äh. Doch wer fasst also. Kopf. Mann. Stempel. Baby. Puppe. Puppe. B. Teddybär. Alien. Missgestalt. Was ist das? Ein Topflappen. Ein Schneemann. Äh. Marshmallow. Lebkuchen. Lebkuchenmann. Ach wer hätte ich jetzt gesagt. Und er bricht dann ab. Ne das meinte ich nicht. Rolltreppe. Ja da wäre er cool gewesen. Äh. Volleyball. Fußball. Spiegel. Tor. Basketball. Quidditch. Basketball-Netz. Ja ne. Oh warte. Football. Baseball-Handschuhe. Topflappen-Fußball. Badminton. Ja. Tennis. Ist das Tennis? Tischtennis-Ball. Aber Tischtennis-Ball ist doch nicht. Das ist doch nur einfach rund. Oh Fählek. Ich habe damals einfach rundes gemalt. Und und. Boah was. What the fuck. Schon wieder. Ne warte warte warte. Was. 14 Punkte ich glaube jetzt. Das hat er schon wieder geworden. Ich glaube wir müssen ein bisschen üben kann das sein. Krass. Crass. Bügeleisen. Gucken wir uns das Ganze noch an, das ist schön. Das ist so gut, ey. Guck mal, der Orbulon-Preis. Orbulon-Preis. Aber ist die Kamera da? Oh, die Kamera läuft sogar noch. Ja, hallo, hallo. Aber ich würde sagen... Also wir sind schon, glaube ich, begabt. Ja, wenn ihr mehr hier auf der Couch sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Und den Daumen nicht vergessen. Tschüss. Tschüss. Zeit für Tabi, winke, winke. Tschüss. Tschüss. Wie bin ich denn?